Sobald wir im Büro sind, tust du die Liste nochmal überarbeiten. Ich habe dir das letztes Mal erklärt, das ist eine Excel-Tabelle, das ist, weiss Gott, nicht so schwierig. Dann tust du sie überarbeiten. Hast du eigentlich das Mail mit der Offert? Hey Gott, ich habe dir gesagt, du sollst das Mail mit der Offert? Ich habe mir in einer Kalenderbewirtschaft und ich habe gesagt, dass ich das Meeting nicht wieder mache. Ich habe kein Kaffee da, die Druckenpatrone ist nicht ersetzt worden. Und dann habe ich, ja, da ist grünt, ich bin heute nicht da. Nein, ich bin wirklich nicht da. Und ich brauche mich eigentlich alles mal selber machen. Haha. Look, ich mache die Pinguin. Hey Momo, ich mache die Pinguin. Ein erheblich! Seattle